Den ganzen Tag Computerspiele spielen und dafür bezahlt werden, wo muss ich unterschreiben? Na hier, okay, es ist nicht den ganzen Tag Computerspiele spielen, aber man wird dafür bezahlt und wir geben euch die Chance, euer Hobby zum Beruf zu machen. Wir suchen momentan für unser Team nämlich einen Videoredakteur in GameStyle YouTube. Wenn ihr also vielleicht hobbymäßig schon Videos und Livestreams erstellt, dann bieten wir euch die Chance, das professionell bei uns im Team zu machen. Das heißt, wir bieten euch die Connections und den Zugang zu Spielen, wie zum Beispiel, da seht ihr euch schon Tage bevor sie rauskommen, spielen könnt, Entwicklerinnen interviewen könnt, all das und vieles mehr. Wenn das für euch interessant klingt, dann folgt dem Link in dem angepinnten Kommentar. Ich freue mich auf eure Bewerbungen. Tschüss!